Die Trennung von Oliver Pocher und Amira ist noch in aller Munde. Dass sich jetzt auch noch Sandy Meyer-Wölden einschaltet, hätte man wohl nicht gedacht. Die Ex des Comedians findet klare Worte für das Ehe aus. Oliver Pochers Ex Sandy Meyer-Wölden, mit der er drei Kinder hat, äußert sich zur Trennung des Comedians und Amira nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern. Gegenüber Bunte.de teilt das Model seine Gedanken. Ich kann nur dazu sagen, dass es immer sehr traurig ist, wenn eine Ehe auseinander geht. Und gerade wenn Kinder involviert sind, ist es natürlich umso trauriger, stellt Sandy Meyer-Wölden fest und fügt hinzu, gerade wenn man Kinder hat, muss man die an erste Stelle setzen und sich selbst zurücknehmen. Und ich denke, wir sind da ein gutes Beispiel. Tatsächlich hat die 40-Jährige ein gutes Verhältnis zu Oliver Pocher, aber auch zu Amira. Mit ihren fünf Kindern bilden die drei eine große Patchwork-Familie und das auch nach einer Trennung. Sandy Meyer-Wölden verbringt auch mal Zeit ohne Amira mit Oliver Pocher. Ob die Moderatorin damit ein Problem hat, teilte sie einmal in einer Instagram-Story. Auf gar keinen Fall. Nicht eine einzige Sekunde. Wir sind eine Familie und damit meine ich all seine Kinder und Sandy gehört da natürlich auch dazu. Bis zum nächsten Mal.